hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die gesucht gefunden ja hier ist mein account starten wir das ganze mal ok da sind wir so das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt kaufen 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 nein ich will nicht kaufen ok erfolge so 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 Finde ich, normal ist das ja immer das Zeichen, dass man was abruhigen kann oder Werbung da ist. Da ist ja gar nichts von beiden. Anfängertraining. Erwartet bis ich 10 habe. Und hier auch. Obwohl ich muss, denke ich, gleich mal einen beschwören. Als Tagesquest. Oh, schön. Beschwören. Beschwören. Beschwören wir den auch. Und den. Red Dog, Red Bar Dog. Okay, dann schauen wir jetzt mal nach, was wir hier an Dailies haben. Ich muss mal kurz überlegen, das waren Missionen. Ich nehme das hier auch mal was anderes. Ich hab das vergessen. Wie ging das Spiel? Ich glaube das war doch Missionen. Nein, das war nicht Missionen. Was war das gewesen? Überlegen. Warte mal, was für ein kurzer hereinschreiben? Code. I, H und 7 mal die 7. I, H, 1, 2, 3. Äh, 3 mal die 7. Schließen Sie bitte Stoffel 3 bis 10. Ändern Kampagne ab. Oh, okay. Ich muss erst 3 bis 10 abschließen. Dann geben wir zur Kampagne. Ich bin ja gleich da. Ach, bin ja gleich da. Erhalte. Also, ich habe meine Lieben. Ich habe einen Mario nach vorne gesetzt. Na ja, gleich wird sich sowieso alles ein bisschen ändern, weil ich muss ja zwei andere aufwerten, ich muss nicht, aber ich mache es, weil die schon von vornherein stärker sind, wie die anderen beiden, was ihr ja gerade gesehen habt. Ich muss nach 13, das will ich auch nicht schaffen mit denen, deswegen, mein Monster, Skins, nein, meine Helden, okay, das sind Helden. Den hier muss ich auf 20 machen. Und den hier. Okay, jetzt haben wir hier Priester nach hinten, Magier nach hinten, Krieger nach vorne, Attentäter, Attentäter, Magier. Also den nach vorne und er hat von den beiden Attentäter. Ja, der und der oder der. Weichen nimmt die Wand. Die sind stärker die Wand. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt genug. Gut, dann erfangen. Erfolgen. Wir müssen nach 13, um das Passwort ih777 einzugehen. Äh, Passwort, Code. Da wird ja auch immer im Internet gesagt, in der Werbung. Der, der, der kann. Aber ich war gespannt, was da passiert. IH777. Zweimal, doppelt so schnell. Und, das war gut. Und, das war nicht dein Ziel. Entschuldigung. Oh, achso, ich dachte, der Stein geblieben. Oh, achso, ich dachte, der Stein geblieben. Oh, achso, ich denke, der Stein geblieben ist. Okay. Oh, achso, ich denke, der Stein geblieben. Oh, achso, ich denke, der Stein geblieben. Okay. Passwort eingeben. Erstmal hier was abholen. Oh, achso, ich denke, der Stein geblieben ist. Oh, achso, ich denke, der Stein geblieben ist. Ball bereits eingelöst. Oh, achso, ich denke, der Stein geblieben ist. Was habe ich gekriegt? Ah, das. 40 Mal. Nice. 40 Helm beschwören. Ach, einmal kostenlos zum Besuch noch dabei. 1. 2. 3. Und ... 4. 40. Das ist einmal den kostenlosen. Das ist auch nochmal kostenlos. Und ... 5. 5. 4. 5. 5. 6. 10. 10. 11. 14. 15. 15. 15. machen kann. Denke ich. Rucksack. Beschwören. 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 Okay. Alles beschwört. Und... Okay, okay. Ähm... Fusion. Alter. Das ist zerstörend. Wunschbrunnen. Kann ich auch noch trinken? Zweimal. Oh, jetzt habe ich viele Helden. Ich darf 100 haben. 63 habe ich. Das ist noch ein guter. Den ich noch nicht habe. Und das ist noch einer. Okay, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Stück mit fünf Sternen. Perfekt. Jetzt noch mal gucken, was davon als Nahkämpfer ist. Sie ist die Heilerin weiterhin. Der ist Magier. Das ist der Krieger. Attentäter, Attentäter, Attentäter. Und den habe ich nicht aufgelevelt, weil ich den ja schon habe. Also ein Heiler, ein Magier und Restattentäter. Also ein Krieger und dann drei Attentäter. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Ähm... Wir werden jetzt... Was ist das? Okay. Wollen wir zur Kampagne gehen? Ich probiere jetzt die... Komm bewerten wir. 4 Oder wir tun es auch vom bewerten. Gehen aber wieder ins Spiel rein. Die denken jetzt... Ich habe bewertet. Vielleicht dann später. Der, der und... Kämpfen. Wir sind die Roten, da zwei Totenköpfe und da... ...das Heilige Kreuz. Das ist... Ach. Ein nach dem wir da auch. Super. was ist denn das da ab da gibt es arena ich denke bald muss ich die ein bisschen weiter aufleveln weil mein tank ja schon sehr früh stirbt naja sehr früh nicht aber er stirbt aber mein tank ist gut wie viele schläge der aushält oh jetzt hat das überlebt so dann haben wir es vielleicht geschafft bis zur arena aber ich wollte ja die kampagnen spielen das wird jetzt mein tagesziel werden was heißt tagesziel von diesem video das ziel werden das wird angekommen also wo werden wir das wird 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 Go go go! Shit! Arena freigeschaltet, betreten, Angriff, ich bin 6000 stark und er ist nur 1000 stark, ach das sind Punkte. Ok, er ist 2 Millionen stark, Stärke 2 Millionen. Kämpfen gegen 700? Wenn ich 6000 stark bin und mein Gegner sind nur 700. Ach der ist vom Computer an Bord eingesetzt. Mal schon sagen, wie soll man mit dieser Stärke so weit kommen? Da auch, 700, 700, 700. Das war jetzt ein Spieler, glaube ich. Was macht man sowas? Oder er setzt in der Verteidigung schwache Leute ein? Damit er wieder weiter runter geht, damit er leichtere Gegner hat. Das kann auch sein. Perfekt. Zwei Kämpfe? Und war der so schwach? Der hat doch höheres Level als ich gehabt. Letzter Kampf? 4000. Die werden schon so stark. Okay, perfekt. Das war's. Alle Kämpfe gemacht. Ich bin jetzt auf Rang 31.000. Oh, ist gar nicht mal so schlecht, oder? 31.000? Auf welchen Rang war ich vorher? Das weiß ich leider nicht. Ich bin sicher, wenn ich das Video nochmal einschaue. Kampagne 3 abgeschlossen. Mission abgeschlossen. Doch, das sind die täglichen Missionen. Die 3 habe ich noch. Zweikämpfe im Verlies. Gold. Herausforderung. Kampf. Ah, mit Level 70 kann ich alles überspringen. Ah, mit Level 30. Ich glaube, meine muss ich jetzt auch mal ein Level 30 machen. Hab ich gerade schon mal gesagt, glaube ich. Weiter. Oh, es geht ja noch weiter. Okay. Verschenke Herzen. Ich habe nur 4 Freunde. Nein. Das kann doch nicht sein. Ein Freund fehlt mir. Aber jetzt nochmal zu meinem Beschwörungskreis ist das. Ne, auf die Helden war das. Hier auf Level 30. 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 Und der letzte auf Level 30. ich habe noch 2.000 nice 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 Das war's für heute. Und das schaffe ich auch. Zwei Sterne. Jibiii. Ich hab noch 6 Millionen. Zum Level. Ist das nicht nice. Das schaffe ich auch bei allen. Ich glaube danach nicht mehr. Oh, ich hab noch 6 Millionen. Ich hab noch nicht mehr. Ich hab noch nicht mehr. Ich hab noch 8 Millionen. Ich hab noch 8 Millionen. Jetzt kommen die anderen dran. Jetzt kommen die anderen dran. Ich weiß es nicht. Wie stark bin ich jetzt? Wenn ich jetzt auf Arena gehe. 6.000? Immer noch? Ich bin doch jetzt so stärker wie 6.000. 23.000. 23.000. Bestätigen. Gut. Ich bin jetzt auf 23.000. Meine Kampfstärke. Obwohl hier 6.000 steht. Verstehe ich nicht. Verteidigung. Verteidigung. Ah, jetzt. Ich musste einmal auf Verteidigung aktualisieren. Mission. Herzen verschicken. Mir fällt da noch einer. Freundschaft. Den. 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 Kommen wir einfach alle. Ich bin so ein netter Mensch. Ich möchte mit euch allen befreundet sein. Ah, hier steht sogar Server dabei. Freundschaften sind Serverübergreifend. Das ist auch cool. Wie bei wow. Indirekt. Das. Ok, ich glaube das reicht jetzt, oder? Irgendeiner wird auch annehmen. Schauen wir gleich nochmal. 1 Million im Gegenstand im Markt kaufen. Im Markt kaufen. 300.000. Kaufen wir den hier. Jawohl, ok. Abholen. Schauen wir nochmal hier nach. Ist noch keiner dabei, also ich weiß jetzt auch nicht. Ja, das war's dann für heute. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Draußen die Straßenarbeiten sind aber auch nicht. Ich guck nochmal, ist hier noch was. Der ist irgendwie immer da der Punkt. Ach je. Ja, das war's dann. Das noch abholen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Na, der ist aber alarmarschig hier heute. Bis dahin habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020